Hi, wir sind Christian und Martin Hannemann vom Weingut Heiligenblut und ihr seid bei unserem 2020er Weinheimer Heiliger Blutberg Riesling Kabinett. Ja, der Blutberg ist was ganz Besonderes für uns. Das ist unsere Monopollage im Alleinbesitz. Die hat nicht mal drei Hektar, ist direkt am Weingut dran, ist gekrönt vom Turm, den ihr auch auf dem Etikett seht und ist sehr besonders hier für unsere Böden. Der ist mit Mellafür durchzogen. Der Kabinett kommt vom oberen Teil vom Blutberg auf den Plateau obendrauf. Da zieht der Wind besonders gut durch. Dadurch erhalten wir eine sehr lebendige Säure, die gerade für den Kabinett eben eine gewisse Frische gebietet. Und ja, wir haben da eben die kabinetttypische Restsüße gepaart mit einer lebendigen Säure, was den Wein eben extrem schlank und extrem trinkig macht. Aber durch die alten Reben haben wir eben auch eine sehr gute Komplexität und Länge drin. Und das macht extrem Spaß und ist die Spitze unserer Pyramide, das Beste, was wir aus der Kabinettstilistik herausholen. Cheers!